Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde Borderlands 3 zusammen mit MG. Guten Tag! Wir dürfen drücken. Hi, hier spricht Reese Strongfork. Hi. Hi. Was geht? Eine kurze Frage vorregt. Wer zur Hölle ist da? Und wieso seid ihr in meiner sicheren Leitung? Reese, reg dich ab. Ich bin es, Lorelei. Wir haben mit etwas Hilfe die Watershed-Basis zurückerobert. Ich hab... Moment. Was ist das da in deinem Gesicht? Was? Das? Das ist mein Belagerungsschnäuzer. Den Soldaten gefällt mir. Wer ist da bei dir? Ich bin ein Kammerjäger und Crimson Raider. Kammerjäger? Crimson? Heilige Scheiße, ja! Wie stark sind eure Truppen? 20.000 Einheiten? 50.000? Weniger. Mein Rudel ist nicht groß, doch die Zahl unserer Opfer umso größer. Was? Ich kann die Stadt unmöglich mit einer Handvoll Leute zurückerobern! Sie sind gut, Reese. Richtig gut. Richtig gut. Und wir können jede Hilfe gebrauchen. Banditen dringen in die Stadt ein und sie sind auf Maliwons Seite. Katagawa muss eine Abmachung mit den Kalypsos haben. Großartig. Wir haben ja auch sonst nichts zu tun. Also gut, du kommst jedenfalls gerade rechtzeitig. Mein bester Agent wird Maliwons strategisches Kiga-Hirn angreifen. Wenn sie hinter der Kreide... Ah, ich bin durch und durchgesprochen. Löff bei dir. Ich bin durch mit meinem Agenten. Reese, Ende. Gut, während du dich mit Reese-Agenten triffst... Ob ich die falsche Taste habe? Ich wollte das streicheln. Bevor du gehst, habe ich noch was für dich? Oh, was hatten die für uns? Sie läuft im Kreis. Wiegfindung. Was machst du? Ich weiß es nicht so genau. Da du in die Stadt musst, gebe ich dir einen Zyklon. Er ist schnell und leicht und damit perfekt für die Straßen der Stadt. Fahr mal eine Runde. Cool. Also müssen wir jetzt einen Zyklon spawnen, oder was? Der hat aber auch ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Guck mal. Der hat eine Mission noch nebenher. Hast du Zeit für einen Job? Was hältst du davon, diese vom Krieg verwüstete Stadt wieder zivilisierte zu machen? Das ist doch kein Zyklon. Das ist doch kein Zyklon. Das ist doch kein Zyklon. Das ist doch kein Zyklon überhaupt an. Kaffee. Ich bin ziemlich fertig. Und wenn ein Commander einen Fehler macht, sterben Leute. Und meine Truppen könnten bestimmt auch eine Aufmunterung gebrauchen. Geh für den Anfang zum Rise and Grind Café. Okay. Kannst du hier mit rein, oder musst du dir selber eins sparen? Ich glaube, ich muss mir selber eins sparen. Das war der Falsche. Habe ich auch zuerst gemacht. Du musst auf E drücken und dann den Auswählen und dann Q drücken. Aber nur anklicken, nicht reinklicken. Wo ist er denn? Bei den Fahrzeugen direkt. Oben links und dann... Ach so. Ich habe nur den einen. Wohl, dann fahr mit dem. Ah, jetzt habe ich es. Ich habe einmal E drücken müssen. Ah. Wo ist er jetzt? Du musst ihn nochmal spawnen. Wahrscheinlich. Also Q drücken. Um ihn zu... Also nicht da Q drücken? Ja, ich habe es gefunden. Ja, so. Hey. Wo ist er denn hin? Ach, hier. Aber sehr talentiert darin, Leute auf links zu krempeln. Ihr werdet euch sicher blicken, versteht. Ja. Mit der Maus lenken. Superfan. Na, wie findest du unsere ersten Sponsoren? Ich muss sagen, bis jetzt ist der Ausverkauf super. Kämpfst du denn auch? Ja. Perramatisch. Und wenn der Planeten Ihnen gehört, kriegen Sie Atlas und wir die Kammer. Dann kannst du nur noch an deinem, was auch immer du da unten hast, rumspielen. Erfahrungspunkte to go. Sonst wir müssen links nehmen. Die Lenkerei hier. Wir müssen doch gar nicht lang. Hier lang. Und ich verwette meinen Arsch darauf, dass er es darauf ausgesehen hat. Müssen wir doch dann? Oh, die ist doch gesperrt. Müssen wir hier aussteigen? Das könnte sein. Oh, das sieht so aus. Ich brauche dich, Bestie. Aber dann gehen wir mal los, gucken. Da ist eine grüne Kiste, sehe ich schon mal vom Weiten. Da links laufen Leute. Was springt denn hier raus? Hotgang-Huni schon wieder. Hier wird auf uns geschossen. Auf uns noch nicht, oder? Auf deinen Hund? Oh, der steht ja direkt vor mir. Ich frage mich, ob mein Messer in deinen Schäden passt. Sag doch, was ist denn? Helvig kurz. Aufwag, der ist so ein schwerer Pyro-Techniker wieder. Ja, ich habe hier gerade in naher Frontgeläute um mich. Fuck, ich glaube, ich sterbe. Setz dein Nef ein, vergiss es nicht. Ja, bin gestorben. Hat nichts gebracht. Wo bist du? Ich habe dich vermisst, Jürgen. Weiß ich noch nicht. Bist du komplett über die Order? Ja, ja. Bin aber nicht weit weg, ich komme. Ja, okay. Ich räum schon mal auf, ne? Ah, ja. Mein Hund ist schon wieder unterwegs, der ist schon halt bei dir. Ja, ich flieg auf den Boden. Denk dran zu schießen, ne? Du musst auf dich schießen. Ja, wenn ich jemanden sehen würde. Jetzt verstecken sie sich, die Arschlöcher. Danke. Ich wusste, du kannst nicht ohne mich leben. Ich komme. Oh, fuck, der kommt näher. Oh, der ist resistent gegen meine... Alter, ja. Ich bin komplett weg. Oh, ja. Ey, ohne Scheiß, wir müssen ein paar Nebenmissionen machen. Los, los jetzt. Na, wo bin ich? Wenn es halt aufschlumpft hat. Alter, das kostet Geld, wenn man stirbt. Echt? Ja. Ich glaube, irgendwie wieder so 12% oder so deiner Kohle wird dann einbehalten. So viel? Ja. 300 noch was habe ich gezahlt. So, der schwere P... Hä? Warte. So. They're going to doof. So. somebody put the... You are stable, Duncan! Man verégert sich. Hä, man muss doch hier durchschießen können. Ja, hinter mir! Wo? Ah, ich wollte dich gerade respawnen. Ich hab keine Mohnwelle. Ey. Ich hab für keine Waffe mehr Mut. Das ist kacke. Ich muss ja eine aufsammeln. Er ist mal eine Finn. Ich hab ihn gefunden. Munitionsmangel is real. Überwältigt sie! Zu schwach, um zu überleben. Wer sind Gegner? Ich glaube, fast alle tot. Das Waffenlager ist ein gutes Ziel. Aber es ist von einem undurchdringlichen Sicherheitskraftfeld umgeben. Wenn du das irgendwie knacken kannst, finden wir da drin 1A-Feuerkraft. Dieser Munitionsmangel auf einmal, ne? Ja. Nicht nur auf einmal, generell. Also, Munition war nie viel da. Musst du hier rein oder? Ja, höchstwahrscheinlich. Oh, Munition ist geil. Oh ja. Hier wird schon wieder geschossen. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug ab? Hier. Oh, Grenade. Oh, mein Special rausgeschickt. Ja. Was denn? Ey, geht rauf, Junge. Fliegt! Fliegt! Melde mich ab! Ja, ich brenne, glaube ich. Läuft. Ein jämmerliches Ende für eine schwache Kreatur. Und jetzt lass uns jagen. Oh, fuck. Schwerer Bett ist Kontaminator. Oh, ich seh's. Oh, ich seh's. Oh, ich bin vor. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Oh, okay. also der kriegt halt kaum schaden gerade ich habe auch jetzt nicht unbedingt das zeug was ich ihm entgegenwerfen könnte vor allem keine muten ja ich bin grad mit vunderbar die ein stirb alter und das gedroppt ist eine granate alter einmal nachladen bitte guck was da gedroppt hat er hat nichts gedroppt es war eine granate was ach so da gedroppt hier level 12 waffe noch eine level 12 waffe am besten ist wenn da steht es heute weife im mund voll ich habe keine fucking ist das nächste das ist halt dann hätte ich die probleme nicht ich war so wenn ich noch nicht noch eine kiste finde ich zum beispiel ist auch wort immer mit egal was das ist ich glaube ja aber ich bin noch nicht so weit ich hoffe wir müssen wir müssen hier nicht kämpfen zero cool cool ich glaube der mag uns ich komm mal ach du bist da oben ja was liegt hier rum alles und nichts naja das ist so die sache muni shotgun muni granate ich schau den mal an ja ja mach mal maliwans tag wird versaut die mission beginnt er rennt direkt los vertrautes das ist er war einmal ein krisen radar genau wie du ich hatte mich schon gefragt wo er abgeblieben ist er war schon immer etwas kritisch aber tödlich und gibt es hier nach das war dieser speicher ich glaube da hat sie nicht ganz ausgeschaltet ist zeit zu kämpfen also ich krieg halt von allen enden auf den sack gerade mann da oben ist auch einer gegen den bot mache ich fünf schaden für die kugel das ist nix nicht mal zwanzig ich war gestern mann wenn zumindest einer sterben wir sind doch so viel meine piste ist warm gelaufen ich finde das mit der wasserpistole ja relativ niedlich aber also deck boah da oben ist noch etwas da ich guck mal da hört sich was dran ja hier hat sich einer versteckt Ja, dann mach mal. Okay, und jetzt? Benutzen. Wo ist denn das? Hallo, wir haben gerade von einem Waffenlager geredet. Ja. Nur Waffen, keine Wut. Alter. Alter. Oh, fuck. Oh, ne, mir direkt. Ja, neben mir auch. Ich bin am Boden. Ohne Blut kannst du nicht leben. Leg sie ab. Nein, stirb. Alter. Nein, stirb. Oh, danke. Lebst du noch? Ja. Oh, der Krabber ist ja da. Oh, der ist ein schwerer. Oh, ja. Ey, ich trenne für dich. Oh, oh. Der ist eingefroren. Fuck, hier ist auch noch ein Bett. Der ist doch gerade. Eine Spezialkacke nicht vergessen. Oh, ich bin gerade am Kämpfen. Oh, ich bin down. Der ist schwere Dingens. Geht mir auf den Sack. Bin sofort wieder da. Ja, gut, ich bin gleich down. Ich hau den schweren Boss hier gerade noch auf den Sack. Ein bisschen. Ich habe keine Muni mehr. Bin down. Der Boss ist fast auch down. Gott. Alter, wieso uns spawnt der direkt neben uns? Ich weiß auch nicht. Ich bin auch wieder down. Nochmal von neu her. Oh, bin down. Das ist der Wahnsinn. Ja. Bin down. Finally, der ist dann. Ja, ich bin weg. Es ist halt nur gerade Knete vernichten, was wir gerade machen. Boah. Oh, neben mir. Boah, der schwere. Oh, der hat halt wieder Vollschild. Alter, der geht halt voll, der kann ja auch nicht los. Er ist down. Nice. Ähm. Inventar voll, warum? Ich weiß es nicht. X fallen müssen. Ach, das sind noch mehr oder was? Ja, das sind noch zwei Gegner oder so. Level 10 bin ich jetzt. Ja. Ja. Schöne Altschatz. Ihr Angriff schlug viel. Bei unseren Fähigkeiten war das ja schon klar. Okay. Was ist jetzt dran? Mein Schwerz braucht Upgrades. Neue Malion Technik. Durchsucht das Lager. Da vorne hat sich was geöffnet. So, im Übrigen, wir werden schon wieder am Ende. Wir dürfen die Antwort machen. Ja, aber wir nehmen noch das Lager mit, oder? Das ist ja nichts. Ja, okay. Wenn du das Lager noch mitnehmen willst. Guck, hier liegt so eine kleine Waffe. Die kann man zum Beispiel schon mal mitnehmen. Ich stand halt nicht in der Nähe. Und hier unten würde es halt weitergehen. Oh ja, können wir gleich. Ich würde aber noch warten. Hier können wir noch aufmachen. Gucken wir mal da rein. Piste, aber ich hatte eine Legendary Piste. Wobei. Ich schaue einmal kurz durch. Ich habe gerade doch eine Level 10 Pistole eingesammelt. Da kommen die. Fuck, ich wollte hier gar nicht runter. So, äh, wollen sie? Ja, äh. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch bei Gaming Ninjas vorbei. Ansonsten noch einen wunderschönen guten Tag. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.